Ich muss mich hochheilen, dass du nicht noch mal einen Schuss auf den Landen hattest. Na gut, Medikets habe ich jetzt noch vier liegen im Klobe, aber ja. Aber ihr wollt jetzt nicht durch die Stadt laufen, ne? Nö, ne. Wir umgehen das jetzt alles, wir gehen direkt in die Saison. Ja, Angst hat... Ja, ich kann das verstehen, man. Ich habe auch ein Klobe. Ja, aber du brauchst halt jetzt keine Angst mehr haben. Wenn jetzt hier kein Hacker kommt, dann hast du die Blazer so oder so gesaved, selbst wenn du stirbst. Genau, also auch wenn jetzt vier von uns sterben, kriegst du deine Blazer wieder. Ja, weil das ist einfach jetzt... Ich spiele hier schon über zwei Monate spät, ne? Und das ist das erste, was wirklich so reingehauen hat, an Seltenheit. Ähm, ich spiele auch schon ungefähr die Zeit. Wer schießt? Ich schießt. Bin gestrückt. Bin tot. Von wo, von wo, von wo? Bin auch tot. Bin auch tot. Auch tot. Boah, je. Boah, ich auch. Boah, ich bin auch tot. Ich bin down. Leute, das gibt's nicht, oder? Lol, Hacker. Hacker! Hacker, ich bin down. Ich disconnecte, tut mir leid, ich muss hier weg. Ja, ist okay, ist okay. Drückt alte vier. Alter Vater. Fuck. Fuck, es ist... Du hast aufgenommen? Ja, ich hab alles aufgenommen. Ich hab den Namen nicht gesehen. Na, äh... Oh, oh, hi there. Oh, hey there heißt das, glaub ich. Wir haben gerade davon gesprochen und dann ist so ein Ficker ein... Das war ein Hacker. 100 pro, der kann nicht sehen, dann einfach so schön platt machen. Wer liegt noch von euch? Gar niemand. Moment. Neun Leute tot. Oh, nee, ey. Ich sag's noch, das ist das seltenste, was ich gefunden habe. Jetzt bin ich down. Ja, bin auch down. Oh, scheiße. Echt, also neun Leute tot. Ja, das war einer. Das war ein Hacker, 100 pro. Ja, oh, hey there, oder so. Jetzt kommt der angereinnt. Der wird sich natürlich freuen hier, weil... Ja, das bringt dem nix. Der wird gesperrt und fertig. Der kann aber nicht alles looten. Ich schnapp mir mal schnell einen Schein und lauf dahin. Ich hab noch einen in der südlichen Seite. Ich disconnecte dann wieder... Na, ich weiß nicht, vielleicht... Ich weiß es nicht. Der rennt halt schon wieder weg. Äh, wir gewonnen. So zerronnen. Hat einer bei euch noch? Ihr müsst mal in der Safe Zone. Ähm, join und dann sagen... Bescheid geben, ob der noch da ist oder weg. zuworld破. Wenn es nicht so near, dass man los nicht verraten wird. Vielen Dank.